Meine Minigun ist durchgeladen und geölt. Es kann weitergehen wer möchte. Willkommen zurück zu Alien Rage. Hier hatte ich schon ein paar Fuzzis erledigt. Da geht es weiter. Ja da gehe ich dann auch prompt weiter. Dann gucken wir mal. Gar keine so schlechte Animation. Macht auch Stimmung. Oh, das sieht doch wieder nach Forza-Arena aus. Das sind diese Engelchen. Oh, oh, hey. So, ich glaube das waren sie alle. Mit einer herkömmlichen Waffe wäre es schwerer gewesen. Da liegen jetzt noch ein paar von rum. Oh, 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 oh. Verlockend, verlockend. Ich hatte aber als letztes die Shotgun drin von den normalen Waffen. Also die rote und die Shotgun. Das soll mir ehrlich gesagt auch reichen. Ach so eher. Da hört man so ein Spawn-Geräusch und kriegt schon den Schreck seines Lebens hier. Warte mal. Ja, okay. Das habe ich als Kampf-Arena ganz schön entschärft mit der Minigun, möchte ich sagen. 85 noch drin. Ein bisschen reichen die noch. Die nehme ich mit. Kann man das sprengen? Sieht ja verdächtig aus, ne? Mache ich jetzt nicht. Dass der aber auch immer die Codes kennt, ne? Oder hat er gerade Stockwerk 327 eingegeben? Oh. Hier habe ich auch. Tschüss. Oder. Da brennt die Luft schon wieder. Ah. Wollt mich eigentlich auf den. Da konntest du noch... Oh. War da nicht noch einer hinter? Ne. Hey. Hey. Komm raus. Okay. Wie ist alle? War doch noch einer. Und... Hey. Der hat noch weiter geschossen. Oder... Da ist was Größeres da. Ist was Größeres am Berg. Wollen wir mal gucken, was halt die Shotgun dazu sagt. Oder er zur Shotgun sagt. Ich glaube, er ist weggeflogen. Irgendwo in der Entfernung ist was explodiert. Na... Nein, ich dachte. Ich dachte. Okay. Ein Audiolog liegt hier oben. Ich habe gesprochen mit den Vorruss-Warrieren. Sie waren Angst an zuerst, aber... Wenn ich bei Peyton's Gespräch war, ist es wie... Sie sind wo sie standen. Nicht zwei Stunden später, jeder letzte Mitglied der Vorruss-Warrieren wurde zurückgekündigt zur Mothership. Except für Kartka. Sie kam in meine Quarters mit einem Bottle von Liquor. Sie ist noch nicht so, dass jemanden, die für Tage aufhören kann, und an Indigestible-Chemical-Kemical-Kombauzen. Sie sagte, dass sie nicht mehr Platz für sie in Voris' Gesellschaft war. Sie hat sich entschieden, um unsere Deception zu verhindern. Sie hat sich verletzten, und war verletzt von rank und position. Und es ist alles meine Schuld. Sie sagt, dass sie es nicht gegen mich hält. Und wir haben alle die schlimmsten Fehler gemacht. Und wir haben nicht gesehen, dass wir lange nach dem Punkt nicht zurückkehren. Und dann collapsed. Sie schlafen jetzt. Ich schaue die Mothership in Low Orbit. Ich will nur eine Mothership für eine andere. So. Das wolltest du doch praktisch. Warte, warte, warte. Da habe ich was besseres für euch. Okay. So. Sehr schön. Was ist das für ein Geräusch? Irgendeine Luftschleuse? Oder ein Bark? Man weiß es ja immer nicht. Ich gehe mal da rein. Ich gehe mal da rein. Ich darf jetzt bitte aufhören, ehrlich gesagt. Okay. Ah, es tut mir leid. Es hat aufgehört. Oh nein, er ist dran gestorben. Ach du Scheiße. Wollte ich nicht. Ja. Getschenk Realcca. GehtAULT H Mess. Ach, das war er. Ist aber nicht nett hier. Oh, okay, die Waffe hat es jetzt nicht gebracht. das war blöd ich bleib bei der hallo spawnt ihr male erst mal ohne explosion für euch das war ein headshot euch gehen auch headshots und der nächste die sie immer abgehen unglaublich die kleinen putzen wieder obwohl ich glaube wenn sie blau sind passiert nichts die anderen waren rot die so gefährlich waren oh ja das dürfte richtig gewesen sein ja jawohl da war bum bum in der nähe man die immer mit ihren sprengladungen gab es hier nicht irgendwo wo ich gerade nicht einsammeln konnte vorher ich dachte hier wäre noch meine hier das meinte ich genau das wollte ich habe es okay so tust du mir jetzt was oder nicht ich glaube nicht ist ganz lustig du bist süß lass dich am leben wann sind spinnen schon mal süß ne so so wer will noch mal wer hat noch nicht hier ist bestimmt nur spawnpunkt jawohl ach so ich frage nicht mal was ihr da unten gemacht habt hat er gesagt jetzt haben wir hier wieder fett ist ja die das ist doch wieder der ja das ist der raketenwerfer tja shotgun war nicht so der hit zumindest nicht in dem moment wo ich sie einsetzen wollte hier hoch ach so die antwort bleibt zu mir wohl schuldig ach so das war ein mega kill ja wieviel kommen da noch raus von euch danke ich glaube das war's ich hoffe das war's hey von da hinten nerven so rum na leute das werden wir mal unter uns ausmachen gleich hier steht einer alle feige wiese sind unsichtbar ja was ist das das ist nichts das sind die shotgun dinger hier unten ist nichts würde ich sagen okay weiter da rein ja hat euch schon noch quatschen gehört vorher oh ich habe nicht mehr viel money stelle ich gerade fest ach nö wieder was großes wie viel will der haben oh man war hier nicht sowas zum einsammeln habe ich wahrscheinlich schon eingesammelt warum sind die gerade so hartnäckig ich habe nicht mehr viel money so hab mal sekundärfunktion gemacht die war ein bisschen fetter das sieht hier nicht gut aus mit der waffe okay ich muss mich demnächst wieder auf die andere schalten ja so ne scheiße nein das hat im zweifel doch nicht sehr schnell oh gott was ist denn hier alles passiert die hat wieder ein bisschen was jetzt hat sie ein bisschen mehr hat sie wieder mit seinen explosions geschossen ich komme gleich haben wir jetzt hier alles ja jetzt sieht es aber wieder gut aus sehr schön ich sehe den elevator wo wird es mich näher zu der surface du schützt mich das ist kein moon landing iris nicht worry du bist eine kleine jahrhäuse ich habe einen spacesuit du möchtest oh ein spacesuit aha ich bin mal gespannt darf ich im meckrum stapfen hä ich dachte surface das ist nicht surface das ist underground das ist sehr weit unten hat er nicht surface gesagt ja 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 okay hier geht es auf jeden fall raus oh man was ist denn hier los man going to keep looking for those logs oh oh das passiert mal nix egal wie kommt raus hier ein futsi da wo ist der Ja. Okay. Da geht's weiter. Nochmal kurz absuchen. Ja, brauche ich dringend. Hier ist glaube ich nichts mehr. Nö. Kann ich hier auch lang? Ah. Ist mir aber nichts. Komme ich nicht durch. Okay. Dann jetzt hier rein. Wow. Was hier immer alles für Zeug kommt. Ah. Oh. ach du scheiße ja 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 you want to play rough lets play rough come smack toll yes they should be effective and ground level Was hatte ich denn hier noch? Ich hatte noch den. So da. So, da kann ich mich nicht rantrauen, oder? Naja, vielleicht. Wir gehen ständig diese Platten hoch. Hat der mich aus dem Auge verloren? Was denn jetzt? Laden wir wieder auf, oder was? Gleich halt. Treffe ihn gerade nicht so richtig, ne? Oh, scheiße. Wenn der sich wieder regeneriert, dann aber gute Nacht. Hört das auch mal auf? Oh, scheiße. Er regeneriert sich. Das kann natürlich toll lange dauern. Richtig schön lange dauern. Dann gebe ich ihm jetzt mal alles. Und das ist nicht mehr viel. Au. So, was machen wir jetzt? Äh. Au. Ich greife ein bisschen aus dem letzten Loch hier. Der bleibt immer kurz im Ziel, äh, im Zielmodus drin. Höh. Wenn ich den hier mache, aber ist mir trotzdem lieber. Ah, aua, aua. Uuuh. Und rennen kann ich dann auch nicht. Also zu nah dran. Ach, scheiße. Okay, das kriegt ja gerade gar nichts. Hallo? Äh, wo sind die denn? Das war beim ersten Mal noch nicht so. Jetzt hat der sich ganz aufgeladen. Ich kann ja wohl die Frage. Okay, das war das. Ja, wie oft darf ich das jetzt machen? Und der lädt sich wieder auf? Oder muss ich während er auflädt irgendwas, oh, irgendwas Schlaues tun? Uh, gut. Und hier? Ah. Hehe. Jetzt krieg ich's mal wieder so ein. Und noch ein. Ja, ich hab ihn ja schon irgendwie weiter unten gehabt jetzt. Jetzt geht er zu seiner Aufladestation. Na, scheiße. So, greift mich da irgendjemand anders an? Ja, scheiße. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir die? Wie lange soll das dauern? Ja. Ach, du Scheiße, Mann. Oh Gott, noch zwei von denen. Wo gibt's hier Waffen? Ich darf jeden Fall mal sowas... Oh, scheiße, nein. Und er ist auch schon wieder da. Mh. Oh, 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 oh. Das ist jetzt alles ein bisschen ungünstig. Oh Gott, nein. Mann, nun geh mal kaputt da oben. Ah, shit. Okay, wo ist hier Nachschub? Hier ist kein Nachschub. Wie ich mich grad gar nicht um ihn kümmern kann, ne? Komm, nun geh kaputt da oben. So, jetzt haben wir die. Was hatte ich noch? Da hab ich nichts. Also, da hab ich schon was. Noch zwei von denen. Was machst du denn da oben? Ja, toll. Auch noch einen verschwendet. Oh Gott. Oh, weg, 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 weg. Ha! Ha! Gehen auf ihn. So. Das ist das Beste, was ich noch habe. Ah, ah! Okay, das war das. Eieieieieiei. Nimm den normalen Schuss, ehrlich. Der kann bestimmt auch gut zuhauen aus der Nähe. Deswegen werde ich mal nicht zu... Oh, nicht zu lange vor ihm rumstehen. Oh, der lädt was auf. Der lädt was Fieses auf. Gibt's einen Grund, da rauf zu steigen? Auf die Dinger? Oh. Also, dazu stehen, dass die hochfahren. Oh. Oh Gott. Äh, wann hat Buki aufgeladen? Okay. Warum nicht? Den werde ich doch wohl jetzt irgendwann mal kleinkriegen können, oder? Ah! Oh, 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 oh. Nicht jetzt am Ende sterben, das wäre nicht cool. Oh Gott, nein. Ah, okay. Er hat noch ein EMP ausgesendet. Nice. Die Sprüche. Ja, ich denke, man muss da einfach nur drei Phasen überstehen, oder? Wo er sich zweimal wieder regeneriert, sozusagen. Naja, weiter geht's. Hauptsache, geschafft. Good Girl, hilft die mir, oder werde ich das steuern? Da soll ich runter? Ich guck jetzt mal hier. Irgendwelche Gegner sind es schon bisher? Eigentlich gehört ja... Ah, 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 ah. Eigentlich gehört ja so eine MEG-Sequenz dazu, ne? So. War es gleich zwei? Wow. Warum nicht? Ein bisschen mit der Erwartungshaltung spielen, ne? Okay, wenn alles gut läuft, dann brauche ich jetzt... Keine Munition. Dann habe ich jetzt einen MEG. Wenn es schlecht läuft, habe ich den nächsten Bosskampf. Ah, 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 ah. Daran konnte ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Oh, ich glaube, das wird geil. Let's see what we have here. Control Stick, Power Grid. Very straightforward. We need help deciphering these buttons. Let's stand for low on down and right. Hit him hard. Got all the horses, that's the simplicity. Hit him hard. So. Aha, einmal Maschinengewehr, einmal Länger. Okay. Kann ich hüpfen? Nein, ich laufe. Errungenschaft, Wut am Steuer, was? Also Errungenschaftsfortschritt. Ping, 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 ping. Hä? Was willst du denn tun? Ich trampel dich platt. Ist da oben meine Gesundheit? Ist da irgendwann Schluss? Könnte natürlich sein, ne? So, Bonus könnte ich jetzt auch nicht einsammeln. Zum Glück habe ich schon zwei. Hä? Der kann aber auch nicht zielen, oder? Sehr unpräzise. So. Hat er noch ein Salto gemacht. Irgendwie trifft dieser Laser nicht richtig. Äh, hallo? Macht es den irgendwas? Ja. Ha, ha, ha. Super Nova. Okay. Oh, rechts ist meine Energie, oder? Nee, das sind meine Schüsse. Laden die auch auf, oder was? Oder lädt der dann... Ah, dann lädt der wieder auf. Okay, irgendwie so. Also dieser Laser geht nicht beliebig schnell. Aber der ist sowieso sowas von unpräzise, dass ich den eigentlich nicht ständig benutzen will. Ich meine, die sind beide unpräzise. Auch die Minigun bringt es jetzt nicht so. Da sieht man ja. Okay. Make your way to the docking airlock. Nicht hier. Ah, doch hier. Mann. Die sind hartnäckig. Okay, 60 von 80 bei Wut am Steuer. Ja, das ist wahrscheinlich, wie viel Gegner ich so töte und im... Ach, du Scheiße. Mann, dieser blöde Laser. Wo zieht der denn immer hin? Das geht ja gar nicht. Hey. Guckt euch das Fadenkreuz an und guckt euch an, wo dieser Laser ist, ne? Hallo? Treffe ich auch noch irgendwas da oben? Boah, Alter, was ist da hinten los? Ich kann mich gerade schlecht wehren, muss ich sagen. Also, auf die Entfernung sowieso nicht. Rift mich noch irgendwas anderes hier? Ach, du kleiner Futsi da. Lass mich mal in Ruhe. Irgendwas ist hier nicht gut gerade. Ich britzel, das ist... Ah, okay. Und da oben ist meine Energie, die lädt sich dann wieder auf. Finde ich fair, weil nichts ist nerviger, als mit dem Mech rumlaufen und merken, dass der demnächst futsch ist. War da einer? Was britzelt denn hier schon wieder? Was... Wo denn? Wo denn? Hä? Da! Da ist doch was. Da schießt so einer, oder? Lass mich in Ruhe, Mann. Ich bin ein bisschen größer als du. Auch wenn ich hier ständig nur am Britzeln bin. So, Wut am Steuer, 70 von 80. Also hat sich gelohnt, dass ich hier nochmal nach Jahren ein zweites Durchlaufen mache. Dann kriege ich noch ein paar Arrogenschaften rein. Ja, am Anfang hat es sich übermächtiger angefühlt jetzt, ne? Nicht die ganze Brut hier doch sehr. Da, und vor allen Dingen diese Präzision ist doch lächerlich. Oh Gott, so eine Scheiße. Der hat zumindest vollgetrocknet. Oh Mann. Ja, und dann versuchen wir da hinten einzutreffen. Gehe ich ja nicht mal mit Streufeuer. Jetzt bin ich überhitzt. Da muss man doch ein bisschen näher dran sein. Ach weh, ja komm, da. Da musst du auch noch so einen kleinen Fussi suchen, der mich irgendwo nervt. Oh Mann. Hier Abweckungsfeuer. Hier ist nichts, würde ich sagen. Ach, wieder was Fettes sein. Oh, ich hab was getroffen. Kann ich mich eigentlich auch ducken? Ach, die da hinten. Die treffe ich doch nie. Es ist unmöglich mit diesem Laser. Oh, was? Mit diesem Laser, was ich da habe. Oh, was? Ja. Es ist leider... Okay, jetzt habe ich Wut am Steuer komplett. Es ist leider ein schlechtes Waffenfeedback. Vielleicht kann man das mal so nennen. Schade. Die Euphorie weicht ein bisschen. Es ist natürlich trotzdem noch spaßig, aber es könnte deutlich besser sein. Ah, ich bin wieder ich. Okay. Oh, auf einmal bin ich ganz klein. Wofür sollte ich mich fertig machen? Ich sage mal so, das müssen wir eh noch rausfinden. Ähm, da geht's weiter. Ich mache mal so. Ja, was auch immer mit dem da jetzt passiert. Der wird repariert. Ich, äh... Habe ihn so knapp durchgebracht. Sagen wir mal so. Ja, und wie das da beim nächsten Mal weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.